Die Unternehmensgruppe WSD ist ein konzernunabhängiges und inhabergeführtes Dienstleistungsunternehmen, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1908 zurückreichen. Mit über 1000 Mitarbeitern an acht Standorten sind wir in ganz Süddeutschland tätig. Unsere Arbeit beinhaltet alle Dienstleistungsbereiche der Sicherheitswirtschaft für Privat und Gewerbe. Neben dem klassischen Objektschutz bieten wir auch im Veranstaltungsservice alle sicherheitsrelevanten Dienstleistungen an. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Ladenschutz. Hier erfüllen wir die gestiegenen Anforderungen unserer Kunden nach zuverlässigen Doorman, Detektiven und Citystreifen. Mit unseren GPS-überwachten Geldtransportern führen wir den Bargeldverkehr vieler Kreditinstitute und Handelsunternehmen durch. Dabei übernehmen wir auch die Geldbearbeitung nach Norm der IZB wie Auszählung, Rollierung, Portionierung und die Hauptkassenfunktion. In unserer Notruf- und Serviceleitstelle laufen alle Informationen zusammen. 24 Stunden an sieben Tagen die Woche. WSD – Ihr Lichtblick in Sachen Sicherheit.